Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Fortnite mit mir den Bumble. So, äh, ich wollte euch ja leider den Imitator zeigen und, äh, ich konnt's leider nicht. Den muss ich euch irgendwie mal später zeigen, wenn's geht. Und zwar, ähm, ich hab hier den auf der Karte gesucht und einer hat den gefunden hier hinten und, ähm, ja, der hat auch gegen den gekämpft. Und dann kam auch so ein kleiner Balken. Hier, der hat noch so und so viel Leben. So schnell konnte ich aber leider nicht, äh, hierher rennen. Ja, also das ging leider nicht. Ja, ich bin hier gerade um die Ecke gekommen, auf einmal ist der Gegner gefeiert und dann gab's hier eine kleine Belohnung. Die liegt ja quasi da vorne noch, ja, für die anderen beiden Kollegen. Und, ja, ich konnt's leider nicht zeigen. Ähm, da seht ihr auch noch im Chat, also quasi, warte. Äh, da hab ich nochmal gefragt, falls jemand einen Imitator findet, soll doch mal bitte Bescheid sagen. Äh, war leider nicht so. Es sollte nicht so sein, darum schade. Äh, dafür, ähm, ich hätte euch den super gerne gezeigt. Ja. Aber, naja, gut. Ist halt so, ne? Aber, falls ich nochmal irgendwann sein Vieh finden sollte, äh, werde ich euch das auf jeden Fall nochmal zeigen. So, hier verwerten wir mal wieder was. So. Gut. Aber wir werden auf jeden Fall hier, äh, wir müssen ja hier den Atlas verteidigen. Äh, das werde ich auf jeden Fall jetzt mitmachen und euch auch zeigen. Wo ist der Atlas? Von wo kommen die überhaupt Gegner? Von da vorne, ja? Von da drüben. Das heißt, wir müssen ja mal hier auf jeden Fall immer ein bisschen Luft machen. Ja, man sieht ja hier aber auch nichts, wenn sie nachher kommen, die kleinen Kackorle. Aber auf jeden Fall können wir endlich in unserer Mission weitermachen. Das ist ja natürlich auch natürlich, äh, super, super nice. Ja. Ich hätte es aber euch trotzdem super gerne gezeigt. Ja, wirklich, super gerne gezeigt. Aber genau in dem Moment, wo ich gelesen habe, dass der, äh, Limitator da ist, bin ich da schnell hingerannt, wollte die Aufnahmen gerade starten und dann war er weg. Dann war er leider weg. Also, wir haben den echt leider in der Aufnahme jetzt um ein paar Sekunden nur verpasst. Ist ärgerlich, aber... Ist halt leider so, ne? So, haben wir noch irgendwelche Wandfallen hier? Für die Kollegen an der Front. Kann ich das hier nicht aufwärten? Doch, jetzt. Gut, ähm... So. Oh, wir haben ja hier eine epische Falle. Ja, die kann ich mir ja für später gut aufheben. Warte mal, das Soundstück mach ich mal weg. Die mach ich nochmal ein paar Bäumchen weg. Wenn man hier nachher auch was sieht, ne? Oh, wir haben ja hier. Können wir ja von da, sag ich mal. Äh, hab ich nicht noch irgendeine schöne Bodenfalle? So, upgrade. Was? Mein Gedanke. Warte mal, den Baum hau ich auch noch weg. So, ab jetzt geht's los. So, die müssen... Wie sind das hier so schnell kaputt gegangen? Ernsthaft? So, das muss man natürlich noch sicher nach Hause bringen. Das ist die Mission gleich eventuell hinfällig. Nehmt das! Genau. Äh, äh, uuua! Oben, dat... Ente, loo, oo, 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 oo. Nöo. Oh, wo kommt der jetzt hier? Oh, da war ein Headshot 600 Schaden Oh, was ist denn da los? Was war denn das? So, das haben wir einmal, ja? Gut Ah, ich mag diese Handkanone immer noch am meisten Die und jetzt die Sniper Das ist echt ein geiles Team So, jetzt hat er es kurz gehangen So Ja, 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 ja Ich will die Exe reiten haben Oh, was hat er denn da schönes? Also, weißt du, was wir machen? Komm, wir sehen uns mal hier eine Wir haben noch einen Warte mal, das ist ein Schauschütz-Nibia Ein Sturmgewehr Wir haben doch hier irgendwo Eine richtig dicke, fette Schrot So, jetzt zur Auber Ich meine, sonst nehme ich ja die Munition nie Und die Waffe auch nie Jetzt nehme ich sie mal Komm, lad mal nach Also, das Nachladen, das dauert echt noch lange Aber Schaden ohne Ende Also, das Nachladen dauert echt noch ein bisschen lange bei der Waffe Aber echt Primgut den Schaden macht die Was ist das denn? Was ist das denn? Alter, geil Was ist das denn? Ach, Quatsch Alter, geht das hier gerade ab Mann, die Waffe, das dauert nicht zu lange mit der Nachladerei Huch Was war das denn? Was war das denn? Oh Mann, ein Schweber Ja, 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 ja No, fight doch mal um Okay, die Waffe ist doof So, dann probieren wir mal die epische Pistole halt aus So Die ballert die Munition natürlich weg Der große Was ist denn noch hier? Schießen, stechen oder reparieren Irgendwas So die haut aber auch schaden raus ja also das ist echt genial ich war wie schnell hier sein großer töffel weg ist angegriffen ohne sehr nette schrutt ha 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 echt nice eine echt schicke waffe es wird immer heftiger hier oben in diesem ich sage mal fast level bereich aber wir sind endlich weiter gott sei dank wirklich gott sei dank so ich habe mich gerade ein wenig konzentrieren müssen und wieder vier fähigkeitspunkte und wir können zurzeit nichts ausgeben weil wir schon alles haben wir sollten glaube ich schon alles haben ich kann gleich noch mal gerne reingucken warte mal jetzt kann ich mal überspringen so so öffnen wir haben ja wieder sehr viele aufträge so zehn anhänger Saisongold da muss ich sowieso mal gucken was ich damit auch alles kaufen kann dabei sollte sich ja doch ein wenig schon was angesammelt haben kommandant ich bin umzingelt ich habe nicht viel zeit bitte findet mich nix da pop nix da pop warte pop komm zurück halte dich bereit für eingehende nachrichten von pop kommandant alles klar bei dir pop bitte melden kommandant sein notleuchtfeuer wurde gerade aktiviert wir müssen seinem notsignal nachgehen okay äh wir sollen drei ähm Positionsanzeiger in einer 15.zone äh erfolgreich platzieren äh oft in Stadtzonen zu okay also müssen wir Städte machen ähm und das sollen wir insgesamt dreimal machen oder drei Dinger platzieren okay ich denke mal drei Dinger platzieren was Neues nö ähm so meine Fähigkeiten baum ja ich glaube wir haben eigentlich alles frei bis auf die Dinger die ich noch nicht darf ja weil da müssen wir erst noch die Sturmschildverteidigung machen anscheinend ansonsten haben wir alles wir haben schon 19 Punkte jetzt damit Wispack, Wispack, Wispack so hier würde ich dann als nächstes bei den Forschungspunkten äh nochmal Rucksackgröße machen da muss ich mal gucken in welche Richtung ich hier gehe eventuell könnte man glaube ich hier auch Fahrzeuge glaube ich machen oder? genau Lastwagen Expeditionsstärke ich denke mal das ist was ganz sinnvolles mhm gut also müssten wir dann quasi wieder auf Karte wieder 15 plus Zonen erledigen ich glaube mehr geht auch hier nicht also wir sind noch die 19er aber ich glaube mehr ist hier auf dieser Karte nicht und ähm ich würde sagen das machen wir dann in der nächsten Folge das will ich aber nochmal kurz zu kennen und zwar mit den Saisongold wo mache ich denn das? Event, da, Saisongold so wir haben 762 das heißt was ist denn das hier? äh Waffenlager Slot äh Skizze für einen unglaublichen Superdriver Dingster Boomster Konto Ressource Kraftquelle ich weiß noch nicht wozu ich die brauche würde ich einen Held bekommen? was ist denn das hier? Auge des Sturms ich weiß ehrlich gesagt nicht was man damit macht das ist einer warte ich stelle aha okay Wohen Katapult Kupferranger das für eine Einheit im Monat von irgendeiner Währung die ich nicht weiß was das jetzt ist okay so und hier drüben kann ich mir hier drüben irgendwas leisten? kostet ja alles so um die 2000 okay äh wöchentliche Gegenstände das ist vor drei Tage okay das ist Event-Gegenstände okay das hier Wanchi-Nahmung in 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 able in 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 Ich würde aber sagen, wir machen denn in der nächsten Folge weiter, aber hier werden, wie mache ich denn das, wie wechsle ich jetzt hier die am besten Helden hin, 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 hin. Ich will einen anderen auswählen und zwar möchte ich den hier, kann ich das einfach so? Ah ja, dann ist der Slot jetzt frei, dafür kann ich aber meinen Ninja wieder reinhauen. Okay, hier ist irgendwas nicht kompatibel, okay. So, dann müsste ich aber jetzt nochmal gucken, welche Fähigkeit denn der Kollege hat. Und zwar, wir haben Phasenwechsel, kostet 20 Norgie, eine Teleportladung, weiß man nicht genau, wie das funktioniert. Ein Beutel, das Lama-Fragment, Lama-Erschei, was sehe ich? Okay, Teddy, Teddy haben auch frei, okay, kostet, kosten eine Munitionsfragment-Ladung. Ach, das ist doch hier dieser Dings-Heddy hier, was wir gerade gesehen haben. Okay, gut. Wir könnten den sogar aufleveln. Ja, dann gucken wir mal, dann gucken wir mal das nächste Mal nach. Gut, ich würde sagen, wir machen nächste Runde weiter und ich versuche, seine Sender da quasi zu platzieren. Und jetzt sind wieder gerade neue Missionen frei und ja. Gut, also bitte nicht ärgern, wenn die Folgen jetzt ein wenig kürzer sind, die Tage. Ich versuche wieder im Voraus aufzunehmen. Ja, und nächste Folge will ich mal probieren, eine Folge mal quasi ohne Kamera aufzunehmen und gucken, wie das mit dem Synchronskram hinhaut. Ja, wenn es wirklich an der Kamera liegt, was ich sogar ein bisschen vermute. Ich habe zwei Sachen, die ich quasi vermute. Wenn es an der Kamera liegt, dann lasse ich die Kamera einfach weg. Ja, und gucke, wie ich das Problem lösen kann. Beauty. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich fürs Zuschauen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Euer Bambi. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Und ja. Tschüss.